Eskalation am Nil Leute das ist so krass ey Man kann das immer gar nicht so in Worte fassen Was so eben gerade passiert ist Eine Stunde hierher gefahren Zu dem einem Spot wo wir gestern schon so viel Kontakt und Bisse hatten Durch erster Wurf nichts drauf Zweiter Wurf ein bisschen in die Mitte geschmissen 50 Kilo 1,52 Meter 1,52 Meter Alter Monster noch größer Noch größer das ist ein riesen Ding Noch größer 50er Alter Los, wie kalt Alter, Alter, Alter Aufziehen, aufziehen, aufziehen Also Es ist einfach komplett durchgeknallt Das ist wie ein Traum Das ist einfach keine Realität mehr hier